Hallo Leute, hier ist wieder Classic Gaming mit Let's Play Pokémon Schwarz 2. Ich habe nun alle Orte durchforstet, also alle Orte mit Pokémon Center. Ja, und jetzt gucke ich mir mal die Route 1 an. Also ich bin rüber gesurft und jetzt gucke ich eben, was es so gibt. Ja, im Moment sehe ich halt Gras und viele Trainer. Aber ansonsten sehe ich da jetzt nichts großartig Besonderes mehr. So. Jetzt kommt ein Psyaner. Ja, kann ich eigentlich weiterlassen. Ah, ja. Und Eisstrahl. Ah, verdammt. Was war das für ein Scheiß? Ach du Kacke. Das ist doch nicht normal. Das wäre normal. Das wäre normal. Komm schon. Am Pharaos, halte durch. Und Kramp-Chef. Ja, Ampharaos, das schaffst du noch. Ist doch nur ein billiges Vogel-Pokémon. Komm schon. Yes. Puh, okay. Sollte ich mal doch meinen Hyper-Tank einsetzen. Ja, mein Admiral ist leider besiegt. Aber das kriegen wir gleich hin. Ich habe elf Top-Beleber. Alles okay. Und ein Ranger. Mit drei Pokémon. Naja, und zuerst kommt Knuddelhof, okay. Ja, wie machen wir das jetzt? Ich meine, der Knuddelhof relativ hohe Verteidigung hat. Naja, okay. Ist eigentlich okay. Geht ja alles. So. Einmal Stärke. Und das war's. Und am Pharaos Level 74. Ja, jetzt kommt ein Giflo. Ah, vielleicht kann ich dich da mit Ampelleuchte schwächen. Gucken wir uns das mal an. Ach. Ganz normaler Schlag. Was ist Aromakur? Ach so. Ja, das war nicht klug. Und das war erst recht nicht klug. Ah, fuck. Ah, fuck. Aber das kriegen wir jetzt noch hin. Komm. Gut. Und jetzt kommt ein Gira Phahrik. Hm. Hm. Ja, okay. Komm, Rabigator. Gut. Und jetzt knirsch er. Okay. Okay. Fühlte sich auf. Okay, alles klar. Da ist noch ein Ranger. Klasse. Emulator leckt. Naja. Ja. Schüberheiler haben wir ja genug. Wird ja alles in Ordnung sein. Tja. Ja, der hat auch 3 Pokémon. Kommen. Ein Mund hier. Okay. Ist auch wieder mal was Neues. Und Ladungsstoß. Ja, hier ist schon wieder extrem lecker. Also das ist wieder mal scheiße. Ja. Warum das so ist, weiß ich wirklich nicht. Was ist es schneller, obwohl ich es paralysiert habe? Und jetzt kommt unser Xenia. Gut. Da nehmen wir einfach mal meinen Sianer raus. Okay. Okay. Admurai kann zwar Eistrahlen, aber ich vertraue da nicht ganz so darauf. Das ist schon besser. Ja, und ein Damierplex. Ist, glaube ich, ein normal Pokémon. Ich bin nicht sicher. Ja. 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 Nein, die Leute, meine Liebe haben ja so viel noch und was haben ja eh. Ja. 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 Dann. Ja. Ja, ja. Vorsicht vor den Strömungen. Ja, da werde ich natürlich aufpassen. Gut, hier war es. Ein Indigo-Stück. Perfekt. Ja, und da haben wir einen Angler, der natürlich schön bereit ist, gegen uns zu kämpfen. Ja, mit seinen drei Pokémon da. Natürlich kommt da Ampharos in Aktion. Also auf dieser Route wird Ampharos wahrscheinlich sowieso Überhand nehmen an Benutzung. Ach, Barschwar. Barschwar war wirklich sehr, sehr selten in Urubin und Saphir und Smaragd zu fangen. Gab es eben nur an fünf Orten. Oh, ein Finion. Ja, natürlich für den Donnerschlag. Ist doch klar, was sonst? Und jetzt kommt ein Lumineon. Lumineon. Aha. Naja, dürfte nichts Besonderes sein. Geht doch. So, der Angler ist schon mal weg. Also jetzt muss ich nur überlegen, wegen der Strömung wie und wo und was. Könnte kompliziert werden. Aber ich sage immer, einfach mal ausprobieren, umgucken. Ja, sage ich doch. Da probiere ich einfach mal jede Strömung aus. Ist ja kein Problem. Ich meine, den Tacher und ich glaube, der hat vielleicht noch den Toxa. Könnte halt möglich sein. Ich meine, alles ist möglich. Ein Alabis. Das Ding habe ich ja auch ewig nicht mehr gesehen. Ja, meine Elektroattacken gehen langsam aus. Also, die AP jedenfalls. Das macht aber gar nichts, also. Ja, wie geht es denn hier weiter? Probiere ich mal alle Strömungen aus? Hä? Okay, da ist eine Trainerin. Kämpfe ich glatt gegen die? Kein Problem. Alles klar. Oh, ein Perlu. Ja, ich finde scheiße, dass der Emulator wieder mal laggt. Hier an dieser Stelle. Aber, solange es nur stellenweise ist, ist es eigentlich okay, finde ich. Also, kein großes Problemchen. So, jetzt kommt ein Muschas dran. Alles nicht so tragisch, alles halb so wild. Also, hier kann ich noch hin. Kriege ich einen Tauchball. Und der Nächste. Hat auch drei Pokémon. Und Krabby. Okay. Ja, meine AP geht wirklich langsam zu Ende. Ich muss mich mal ein bisschen entscheiden. Baldorfisch, da dürfte ich jetzt wohl nicht Donnerschlag einsetzen, weil ich vielleicht vergiftet werde. Aber das hier geht's. Das ist kein Problem. Jetzt kommt ein Klinger dran. Auch kein Problem. Das kann ich natürlich wieder offensiv schlagen. Oh, das war nicht genug. Ja, da setze ich doch mal Schübertrank ein. Okay. Ja, würde ich mal Ampelleuchte einsetzen. Und besiegt. So. Gut, wo führt mich denn die Strömung hin? Okay, hier war ich. Genau, hier war ich. Okay. Dann dürfte die Strömung mich wohl hier in die richtige Richtung führen. Gut, was gibt's hier? Jetzt gucke ich einfach nochmal weiter. Ach, das ist die Strömung. Ah, fuck. Verdammt. Naja, gucke ich mir mal kurz die anderen Strömungen an. Ich meine, das ist völlig okay. Hä? Ach so. Da kommt man nicht drüber. Und da auch nicht. Okay. Dann muss ich in die Richtung surfen. Ja, hab keine andere Wahl. Gut. Der Schutz hat rechtzeitig aufgehört. Perfekt. Okay, Leute. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal bei Let's Play Pokémon Schwarz 2. Wenn wir die Route weiter erforschen. Bis dann. Bis dann. doso. Vielen Dank.